Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem weiteren Apex Legends News Update. Das, was ich heute für euch habe, keine Ahnung wann es kommt, vielleicht schon in Season 12, ein Stück weit darüber hinaus, mit Sicherheit alles auf einmal, glaube ich, auf keinen Fall. Es geht um zwei neue Hop-Ups, die in den Gamefiles gefunden wurden. Es wurde ein neues Visier entdeckt und wir hatten in den ganzen drei Jahren von Apex Legends noch kein neues Visier ins Spiel bekommen, was ich auf jeden Fall mal eine Abwechslung finde. Und die Gamefiles lassen darauf Aufschluss geben, dass die Alternator als Floorwaffe zurückkommt. Würde ich auf jeden Fall feiern. Wenn ihr Bock habt, schreibt mal in die Kommentare, welche von den drei Care Package Waffen, natürlich außer der Graber, wünscht ihr euch am liebsten zurück? Für mich ganz klar die G7 und die Alternator. Ich würde es mega, mega feiern. Jetzt wollen wir noch nicht vom Thema abkommen. Kral Rindo, ein bekannter Dataminer, hat folgendes entdeckt. Ich spare mir das jetzt hier noch größer zu machen. Ich habe es eigentlich auch noch so, aber ich denke, das ist so groß genug. Und zwar zwei neue Hop-Ups. Einmal Explosive Lobber für die L-Star. Ich kann noch nicht hundertprozentig reininterpretieren, was das sein könnte. Nicht mal ansatzweise 100%ig. Denn Explosive muss man nicht groß erklären. Könnte irgendwas vielleicht mit Granaten zu tun haben. Oder Explosivgeschosse, könnte ich mir vorstellen. Das Wort Lobber, da musst du schon sehr, sehr um die Ecke mit dem Google-Übersetzer kommen. In einem richtigen Übersetzungsbuch. Denn Lobber als eigenes Wort gibt es scheinbar nicht zu übersetzen. Wenn jemand so ein bisschen sprachkundig in Englisch ist, Fachwissen hat und da vielleicht eine Ahnung hat, was Lobber noch bedeuten könnte im Zusammenhang. Aber wenn du das in so eine Art englischem Wörterbuch eingibst, kommt so etwas wie Ballsportart in Verbindung ein Lob machen. Wenn du zum Beispiel Fußball einen Lob machst, um einen Gegner zu überspielen mit dem Ball. Also nicht als Flanke, sondern als kurzen Lob. So nennt man das. Ein Lob Lobber. Explosive Lobber. Ich interpretiere jetzt rein, dass du vielleicht über ein Hindernis hinaus einen explosiven Schuss abgibst. Oder vielleicht sogar eine Granate raushauen kannst. Granate glaube ich eher weniger. Es ist nur für die Elster. Vielleicht ist dieser Hop-Up wirklich irgendwas echt extrem krasses, dass du wirklich so eine Art Explosivgeschosse hast. Die halt über Hindernisse hinausgehen. Das finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Kinect Loader. Ich habe keine Ahnung, was ich da rein interpretieren könnte. Haut es wie gesagt alles, was ich jetzt sage in die Kommentare, was ihr vielleicht denkt, was es sein könnte für die Peacekeeper, die Volt SMG und eben die Alternator. Und da dieser Hop-Up unter anderem für die Alternator ist, wenn es denn in Season 12 schon soweit ist, dann kann ich mir nur vorstellen, dass die Alternator logischerweise als Floorwaffe zurückkommt. Denn sonst würde das in den Gamefiles meiner Meinung nach zumindest so nicht drinstehen. Kinect Loader. Ich habe wirklich absolut keine Ahnung. Irgendwas mit Nachladen hat es zu tun. Vielleicht schnelleres Nachladen kennt man ja aus vielen COD-Teilen. Ein extra Perk, wo du deine Waffen deutlich schneller nachlädst. Ist eine Theorie. Obwohl das glaube ich in den erweiterten Max als, oder war es jetzt mittlerweile der Schaft, der deine Waffen schneller nachlädt als passiver Perk. Ich bin mir gar nicht so sicher. Und dann haben wir eine neue Art von Visier. Das Loot Laser Visier für die P20, die P45, die Wingman, die Volt, die Prawler und die P99. Wir sehen schon alles, was unter der Sturmgewehrklasse ist von den Waffen bekommt dieses Visier. Würde ich interessant finden, mal ein neues Visier. Ich bin mir aber noch nicht so richtig sicher, was es sein könnte. Ich interpretiere folgendes rein. Denn es gab eine Legende oder gibt aktuell noch eine Legende in den Gamefiles. Lange, lange her. Ich weiß nicht mehr, wer es ist. Ist noch nicht im Spiel logischerweise. Die hatte folgende Fähigkeit. Keine Ahnung, ob es eine taktische, eine passive oder die Ult war. Kein Plan. Sie konnte eine bestimmte Art von Loot markieren. Wie viel, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du brauchst schwere Munition, du brauchst vielleicht Heil-Items. Dass du irgendwie dieser Legende sagen konntest, ich brauche das, markiere mir das. Ob du das dann auf der Minimap siehst oder durch Wände in Gebäuden wie Loba mit lila Stuff oder goldenem Stuff. So ungefähr stelle ich mir das mit diesem Visier vor. Dass du dem Visier vorab irgendwie schon mitteilst, diese Art von Loot brauche ich. Du wirst sicherlich nicht eine elendig lange Kette an Loot, dem sagen, goldenen Helm, goldenes Body, Aufsätze, Munition. Dass du so eine Litanei an Text dem Visier klar machst. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass es so ist, dass du das Visier auf eine bestimmte Art von Loot einstellen kannst. Vielleicht nur eins, vielleicht zwei, vielleicht vorab nur einmal. Und dann kannst du das im Rest des Spiels nicht nochmal ändern, zumindest für diese eine Runde. So könnte ich es mir vorstellen, dass das Visier vielleicht durch Wände tracken kann. Da ist schwere Munition von mir aus. Diese Waffe, die du gesucht hast oder oder oder. Schreibt es mir in die Kommentare. Was denkt ihr, was es noch sein könnte? Ich habe aktuell wirklich keine anderen Ideen als diese. Ladies and Gentlemen, das war es von mir. Einen schönen Start in die neue Woche. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.